servus grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem kanal zu einer neuen map vorstellung ja heute wird es französisch und zwar geht es um die karte die briades farm ist eine übersetzung aus dem französischen und die karte soll es scheinbar schon unter ls 19 gegeben haben ja ich kenne sie nicht deswegen wir gucken rein und schauen mal was uns erwartet auf jeden fall schon mal eine menge fahrzeuge ich würde sagen ihr wisst was kommt schnallt euch an wir machen mal kurz den abflug und machen mal den 360 grad check wir haben auf jeden fall hier eine standard kartengröße da drüben auf jeden fall schon mal ein dorf so hier haben wir diverse felder eine bahnstrecke habe ich auch schon gesehen da bin ich auf jeden fall mal sehr interessant gespannt wie die eingebunden ist so da drüben haben wir noch mal denke ich mal produktion bga sehr nice gut wir machen den fahrzeug und schauen mal was uns hier bereitgestellt wurde also ich denke mal das ist jedoch sehr sportlich jetzt nicht im detail auf jedes ein ich klicke mal kurz rein um zu sehen was sich dahinter versteckt so hier noch mal ein bisschen schneidwerk jawohl bübentechnik das sieht man auch nicht so oft so sehmaschine in verschiedenen ausführungen dünger streuer klar so dann haben wir hier noch mal ein bisschen was für die gras technik alles was man so braucht auch wieder hier dieser kleine ladeweil beinpresse grundlader plus diverse anbaugeräte transport wagen gewichte kann man mit arbeiten hätte ich gesagt so wir schauen mal ins baum können wir hier irgendwas anklicken können wir etwas abreißen also hier das das können wir abreißen das andere hier alles scheinbar nicht das geht kuhweide geht auch aber hier diese mauern und so weiter die sind nicht abreißbar schade hätten wir das auf jeden fall mal geklärt so hier sieht man das auf jeden fall schön kleiner für den anfang ich glaube mehr braucht man auch erstmal nicht was haben wir hier denn schönes verbaut ok das könnt ihr ignorieren das stammt aus einem zusatz den man nicht braucht glaube ich ihr braucht auf jeden fall ein oder zwei mods müsst ihr runterladen beziehungsweise werden automatisch gefragt ob ihr es runterladen wollt also von daher alles paletti ja was man sieht hier so ein paar sachen sind dabei vor allem hier diese neuen gewächshäuser das ist ein mod den ihr definitiv braucht so bei den tieren sieht mir alles nach standard aus gut die deko hier das ist auch alles standard jetzt kommt das spannendste teil bodentexturen also da haben wir auf jeden fall ein paar mehr als gewöhnlich und hier bei den bäumen haben wir auch eine schöne große auswahl und ja gut bei denen bei der wiese und hier bei den büschen das was ihr da seht und damit hat sich das ganze schon jetzt bin ich mal gespannt wir schauen uns mal die kartenübersicht an so sieht das ganze hier aus guck mal alles drauf kriegen ja also hier sieht man jetzt mal die bahnlinie spawnpunkt ok cool ich würde sagen wir gehen erstmal kurz das ganze menü durch beziehungsweise gucken mal hier unten der bereich den habt ihr als neuen farmer wenn ihr anfangt und sonst die restlichen die preise sehe ich jetzt mal als human an habe ich schon wesentlich teurer gesehen so einmal hier kurz das menü durch was haben wir denn hier alles verbaut ok das bis hierhin ist standard und da haben wir noch ein paar zusätze glaube durch die gewächshäuser so hühnerweide kuhweide haben wir bereits vorhanden wir haben feldmissionen produktionsketten müsst ihr erstmal kaufen und erwirtschaften so dann gehen wir jetzt einmal rein kaufen uns alle farmlands damit wir auch wirklich hier alles sehen können so hier oben da ist das ende der zugstrecke da können wir uns hin joinen da haben wir den spawnpunkt ok interessanter spawnpunkt hier das ist so ein altes gut glaube ich oder so wie das anders genannt wird so was haben wir hier eingezäunt auch so ein herrschaftliches anwesen würde ich mal behaupten so ein kleines wasserschloss oder so sehr nice kann das was ja großes hotel ok sehr nice verkaufspunkt Bäckerei Tankstelle halt da fährt der zug lang ok der fährt so rum das müssen wir uns mal merken wir gehen aber jetzt mal hier im Uhrzeigersinn schauen wir uns erstmal das Dorf an auf jeden fall schon mal sehr schön gestaltet wir haben Personen die hier rumlaufen wir haben KI Verkehr der relativ schnell abgebogen ist muss ich grad sagen so dann kommen wir hier zur Bäckerei zur Tankstelle so hier zur rechten Seite haben wir auch wieder ein paar Punkte die wir auf der Karte sehen unter anderem Gewächshäuser und einen Markt würde ich sagen ein Shop genau so da haben wir noch wieder einen Spawnpunkt gut ok interessant gelöst ok passt so aber hier sehe ich auf jeden fall schon mal wieder die nächsten Produktionen beziehungsweise Verkaufspunkte wenn ich das richtig deuten kann dann ja Biomasseheizkraftwerk Schreinerei Sojabohnfabrik ok Käserei Kalkstation dann haben wir hier als nächstes Campus Mensa Verkaufsstation da gibt es noch eine Bäckerei da gibt es wieder einen Spawnpunkt ok und hier oben haben wir dann noch den Viehhändler und Verkaufsstation Kalkstation dann gehen wir erstmal hier oben rüber gucken wir uns das einmal hier schnell an so sieht das ganze aus auch interessant hier gibt es noch ein paar Unterstellmöglichkeiten so der Tierhändler hier hinten ist nochmal separat gestellt und hier muss ich sagen das ist jetzt nicht mehr clean also wir haben hier Markierungen wir haben hier so ein bisschen Dreck angedeutet wir haben da vorne Fahrzeuge stehen also ein bisschen dekorativ gestaltet auch hier auch nicht so ganz gecleant richtig so ein bisschen unterbrochen durch diese Flecken das macht nachher schon immer schon einen kleinen Unterschied aus aber bewirkt eine ganze Menge so dann geht es hier weiter zwischendurch haben wir hier so ein Fluss der hier durch geht so da haben wir den Campus als Verkaufspunkt wenn ich es richtig gesehen habe so dann hier der Kreisel komplett international und dann geht es da hinten auch schon mal weiter hier ist Ende im Gelände hier kommen wir nicht weiter Ende der Karte deswegen hier auch so ein bisschen als Sichtschutz nice gemacht muss ich sagen so dann haben wir hier unten man sieht eine ganze Menge an weiteren Produktionen wie zum Beispiel die Ölmühle dann haben wir hier Verkaufsstationen nochmal eine Tankstelle zwischendrin Spinnerei Fahrzeughändler Schokoladenfabrik ok das müsste man ja erkennen ok na jetzt ein anderes Gebäude aber trotzdem ist es hier sehr ansprechend finde ich Tankstelle so und hier haben wir jetzt den Zug jetzt ist die Frage haben wir hier zwei Züge das kriegen wir doch gleich mal raus muss ich sagen also wir haben hier einmal den Zug zurück ah guck mal hier wir haben zwei Züge Tatsache der eine kommt jetzt erstmal zurück genau auf dem Gleis der hat auf jeden Fall mal zwei Plattformwagen und dann 1 2 3 mal Holzwaggons und einmal für Schüttgut ich vermute mal dass wir hier den Zug nutzen können für das Waldgebiet da oben und dort kommt der zweite Zug und der hat hier definitiv dann für Getreide Waggons und so weiter und so fort perfekt wir machen jetzt erstmal hier weiter hier ist die BGA so hier haben wir den Steinbrecher so da haben wir wieder einen Spawnpunkt wir haben jetzt hier jetzt noch mal ein Peer Cuern und so bock mal ein bisschen da geht's nicht raus das sind so kleine versteckte Gimmicks finde ich oder so So, hier haben wir wieder das nächste Dorf, auch da haben wir wieder verschiedene Produktionen, Zuckerfabrik, Bäckerei und Lebensmittelgeschäft als Verkaufsstation, also überall so ein bisschen verteilt das Ganze. Und genau, hier in der Mitte haben wir den Hofbereich, den wir ja eben schon gesehen haben. Also hier wirklich auch sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Es hat nicht viel, aber es reicht eigentlich alles, was man so braucht, würde ich sagen. Klein, aber fein. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Was haben wir da noch? Reizstall mit Kaufstation. So, der nimmt bestimmt Ballen an oder sowas. Macht ja wirklich so ein bisschen Sinn. So, auch hier haben wir wieder Möglichkeiten, Unterstellflächen, vermutlich als Hofbereich. Das können wir uns mal kurz angucken auf der Karte. Ja, also das kann man hier kaufen, genauso wie den Bereich. Achso, der nicht, der hier. Ja, also mit verschiedenen Leuten kann man hier natürlich auch dann verschiedene Höfe betreiben. So, und hier kommen wir jetzt in dieses riesige Waldgebiet. Nebenbei nochmal hier so ein Sägewerk. Sägewerk. Oh, und für mich wieder mal der Hinweis, ich muss auf die Zeit achten. Sägewerk. Zugstation Süd, Zugmieten. So, da muss ich mal schnell schauen. Das ist der Zug für die andere Gegenrichtung. So, der müsste eigentlich gleich irgendwo kommen. Tatsache. So, das heißt, hier ist der definitiv für die Getreide-Geschichte. Das heißt, hier unten gibt es dann, genau, Überladefunktion. Sehr nice. So, und jetzt folgen wir einfach mal der Bahnstrecke hier, so schön idyllisch durch den Wald. Denn ich vermute mal, oder beziehungsweise, ich habe nämlich einen, genau, da haben wir es gedacht. So, dann haben wir nämlich hier vom Wald aus die Möglichkeit, den Zug, denke ich mal, zu beladen. Auf jeden Fall mal komplett mit den Stämmen. Und hier vorne. Genau. Hier ist das Ende von dem, das heißt, hier werdet ihr aus dem Zug rausgeschmissen. Das ist schon mal eh klar. Aber ich muss sagen, es ist trotzdem sehr realistisch gemacht worden hier. So, ich frage mich jetzt nur, wie kriegen wir dann in den einen Waggon Hackstützel oder so mit Förderband oder mit dem Radlader, Überladewagen? Mysteriös. So, da kommt der Zug angefahren. Das können wir uns jetzt mal schnell anschauen. Okay, jetzt gehen wir den Zug mal wieder zurück, dass er ein bisschen weiter fehlt. Also hier von der Höhe her kann man bestimmt reinladen. Und hier auch schön mit dem Radlader. Und paletten-technisch könnte man hier auch noch was draufstellen. Okay. Sehr nice. So, und jetzt machen wir mal ganz schnell den Sprung noch hier hinten hin. Das war hier unten. Jetzt bin ich trotzdem überfragt. Wenn man hier... Oder kann man Fahrzeuge auch schon draufstellen. Das wäre natürlich genial. Hier Fahrzeuge drauf, hoch oben den Forst rein. Das wäre doch gleich mal eine Möglichkeit zum Ausprobieren. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das gerne mal sehen wollt. Vielleicht ein kleines Antesten. So ein kleines Anspielen von der Karte. Würde mich mal interessieren. So, und als letztes interessiert mich natürlich auch nochmal hier die Lok. Wie sieht das damit aus? Da gucken wir mal kurz rein. So, bis dahin sieht es ja schon mal sehr gut aus. Nichts, was uns hier farblich anspringt. Also, das sind schon etliche Zeilen. Also, laut dem ist die Map in der Situation zu dem Zeitpunkt zum Testen fehlerfrei. Und ich muss sagen, das ist echt eine hammergeniale Karte. Ich glaube, da werde ich wirklich mal schauen, ob wir da was antesten können. Gut, in diesem Sinne bin ich auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Und ein Abo wäre natürlich ebenfalls ein Däumchen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bin raus und sage, ciao, ciao.